Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend? Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. You're my heart, you're my soul. Gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte doch heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und rot-weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Die Luft schluss lieber aus wie eine Kabel Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt? Sag gerade der... Die Luft schluss mit der Schmerzen Untertitelung des ZDF, 2020